Hallo und herzlich willkommen hier zu Geheimakte Tunguska. Es geht weiter hier. Wir sind jetzt hier ja erst in Moskau angekommen, sozusagen am Bahnhof hier. Und müssen jetzt nochmal umschauen. Ich lasse jetzt mal den Rückblick hier weg, weil ihr wisst ja eigentlich, wenn ihr die vorigen Folgen gesehen habt, was passiert ist bisher. So, wir können hier am Auto was mitgehen lassen, das Nebeneingang Bahnhof. Aha, da ist der Soldat Yuxin, genau, da wurde ja jemand abgeführt, okay. Da ist ein Tor. Okay, hier steht Stopp. Was soll denn das hier für ein lustiges Symbol sein? Vorsicht, kübelnde Bordstein betrunkene Schwalbmeer. Kieselsteine. Sehr nützlich, wenn man mal wieder vorm Fenster des Geliebten steht und nicht reingelassen wird. Ja, wenn der Kiesel zu groß ist, macht's peng, clear und die Scheibe ist kaputt. Wir haben nur noch den Bleistift und unser komisches Handy hier, okay. So, nehmen wir mal Kiesel mit. Einer reicht, okay, alles klar. Da müssen wir wahrscheinlich jemanden ablenken. Ablenken, da ist der Soldat Yuskin, da ist die Zeitung 29. Steht bestimmt viel Interessantes drin, aber ich hab jetzt weder Zeit noch Lust, mir das alles durchzulesen. Ach komm, ja, vielleicht kann... Ja, aber normal, aber sie kommen ja aus Russland, vielleicht müsste sie ja die Sprache ja können, ne. So, der... Hm, Kontaktmann. Ja, mit dem Reden. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit ein paar eindeutig zweideutigen Anspielungen nicht doch in den Bahnhof komme. Hallo, schöner Mann. Oh, hallo. So allein hier draußen? Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Von mir aus? Oh, oh. Das wird eine harte Nuss. Äh, okay. So, Seiteneingang, Zeitung. Kann ich mir die Zeitung mal ein paar Minuten ausleihen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Krankenschwester ist kurz davor, endlich den Oberarzt rumzukriegen. Bitte was? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Sibirien-Saga nicht. Nee, da muss ich passen. Was soll das sein? Der Fortsetzungsroman in der Moskau-News. Eine hinreißende Love-Story. Seit über drei Wochen gibt's jede zweite Ausgabe das nächste Kapitel. Aha. Ich vermute, dass die Krankenschwester... Ja, ja, schon gut. Hört sich extrem spannend an. Sind Sie denn bald damit durch? Nein, noch lange nicht. Ich lese absichtlich ganz langsam, damit die Spannung möglichst lange erhalten bleibt. Hab die Zeitung zwar auch zu Hause, aber hier ist ja eh nicht viel los. So dass ich ganz in Ruhe lesen kann. Bin mal gespannt, ob das Komplott der Oberschwester... Nein, bitte nicht weitererzählen. Mein Arzt hat mir zu viel Aufregung und Dramatik verboten. Ja, er liest hier Buchstabe, Buchstabe jetzt hier wahrscheinlich, ne? Aber, wie gesagt, er hat ja hier nichts zu tun. Deswegen liest er jetzt hier. Können die Zeitung daheim lesen. Ja, gut, irgendwo hat er die jetzt her, weil es nicht von daheim mitgenommen hat. Egal. So, Seiteneingang. Sie bewachen den Seiteneingang hier. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? Ja, es soll keiner reinkommen. Hä? Ach nee, was du nicht sagst. Ich flirte mit dir, du Blödmann. Oh, und deswegen hat man extra so einen starken, muskulösen Mann wie sie dahingesetzt. Was? Meinen sie mich? Klar. Ich bin mir sicher, die haben vorher lange überlegt, wem sie einen so wichtigen Auftrag geben. Und dann kamen die zu dem Schluss, dass nur sie diese Aufgabe erfüllen können. Durchtrainiert mit einer Ausstrahlung von Macht und Stärke. Ja, da haben sie wohl recht. Bin zwar erst seit drei Jahren bei der Truppe, aber hab schon sehr viel erreicht. Klar. Ich als schwache Frau fühle mich auch gleich viel besser, wenn ich weiß, dass ganze Kerle wie sie unser Land verteidigen. Was ist denn in dem Bahnhof so wichtig, dass für die Bewachung eines Nebeneingangs extra sie ausgewählt wurden? Eigentlich darf ich das ja nicht sagen. Ist streng geheim. Aber ich vermute, es geht um irgendeine Geheimdienst-Sache. Hier laufen massenweise auffällig unauffällige Leute rum. Sie sind doch nicht beim FSB, oder? Ich? Nein, nein, natürlich nicht. Puh, Glück gehabt. Da hätte ich mich beinahe verplappert. Will ja nicht so enden wie mein Kollege. Den haben sie nämlich gerade mitgenommen. Klar, verstehe ich. Mist, fast hätte ich ihn so weit gehabt. Ja, diese kursiv geschriebenen Stellen da sind natürlich immer Gedanken, wo sie sich selber dann fragt, sozusagen. Wollte ich nochmal erwähnen, für die Leute, die das nicht wissen. Das sagt ihr also nicht laut vor ihm hier da oder so. Ja, der Solotov, der wurde ja festgenommen, ne? Ihr Kollege, wo wurde der denn hingebracht? Kommt der gleich wieder? Ich fürchte nicht. Die beiden Typen, die den armen Kerl mitgenommen haben, sind glaube ich vom Geheimdienst. Oh, weswegen wurde er dann mitgenommen? Keine Ahnung, aber da fragt man auch besser nicht nach. Ach, eine falsche Frage zur falschen Zeit und es könnte deine letzte Frage gewesen sein. Wenn die einen erstmal in der Mangel haben, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man überhaupt wieder rauskommt. Ja, in dem Land, wo wir uns befinden, ist das tatsächlich so. Ja, da bist du lieber dann still. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Gut, also so funktioniert es nicht. Aber wir wollen jetzt hier auch noch nicht rein. Ja, haben wir hier noch was zu tun. Und ich habe ja gedacht, wir können die Schrift hier lesen oder so, ne? So, dann gehen wir mal hier zu dem verschandelten Auto. Da haben wir einen Totenkopf drauf gemalt. Die Rostlaube ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Okay. Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. Ohne Räder wird es wohl extrem unwahrscheinlich. Wow, bist du schlau. Verrosteter Wagenheber. Das Ding ist total eingerostet und unbeweglich. Welche Ähnlichkeit zu Männern seines Alters. Bitte was? Das ist gemein. Wahrscheinlich müssen wir ihn erst mal ölen, oder? Weil der nicht mehr runter geht. Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Na gut, einmal dagegen treten seitlich und schnell die Füße weg. Dann wird man den irgendwie freikriegen, oder? Ja, könnte auch eingeklemmt werden. Wir haben hier noch Schutt. Was wollen wir mit Schutt? Dreck, Unrat, Zeugs. In Fachkreisen auch Gerümpel genannt. Du hast Schutt vergessen. Na, dann wollen wir mal ein bisschen im Dreck wühlen. Immer gut. Super. Eine verrostete Mutter und ein undefinierbares Ding aus Eisen. Welche Freude. Ja, da freut sich doch der Schrotthändler aus. Das ist ein reichsthaftes Zipper, oder? Es ist, es sieht aus wie, es könnte durchaus, ich habe keinen blassen Schimmer. Okay. Ja, und was ist das für eine Größe? Eine Mutter. Jeder blöde Kommentar wurde mir vom Konzeptautor streckt verboten. Ja, bitte auch keine, deine Mutter witzig. Hasse die. Ne, ernsthaft, die finde ich so scheiße eigentlich. Man macht keine Witze über Mutter. Ein völlig gewöhnlicher Kieselstein. Ja, schön. Gut. Können wir mit dem Kieselstein das Auto anwerfen? Ha, 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 ha. Ne, können wir nicht. Der Mutter irgendwie. Nö. Er hat gut das Ding da, das brauchen wir. Können wir nochmal? Ich habe schon alle Schätze gehoben. Natürlich könnte ich noch ein bisschen aus Spaß im Dreck wühlen. Ja. Später vielleicht. Nö, wir müssen nicht weiter im Dreck. Warum haben wir eigentlich immer noch den Bleistift? So, da haben wir eine Tasche. Wenn wir an die Tasche ran wollen, wo keine Flasche drin ist wahrscheinlich, dann wird wohl der Kanalarbeiter mosern, oder? Na, wir können ja gucken. Solange der Arbeiter wegschaut, nutze ich mal die Gelegenheit. Na, gucken wir mal eine. Oh. Was ist denn das für eine Schachtel? Äh, eine Brotbox. Naja, ich tue doch keinem Essen klauen. Mal gucken. Mal sehen, was russische Bauarbeiter so frühstücken. Äh, okay. Einfach eine Wurststulle. Eine belegte. Und ein Einmachgummi. Das soll man jetzt sagen. Gummibändel. Die Box haben wir natürlich jetzt wieder weggetan. Ein dickes Gummiband. Und das Butterbrot. Keine Wurst, kein Käse. Dafür vier Schichten Butter. Okay, ja. Ich hab da so eine Ablehnung gegen Butter. Früher hat meine Oma aufs Brot immer meter dick die Butter gestrichen. Und ja, da bekommt irgendwann solche Abneigung dagegen dann, dass man es nicht mehr will. Ich meine, ja, normalerweise Wurstbrot mit Butter drunter gestrichen ist, ja, aber ich mag das nicht mehr. Ich brauche keine Butter. Früher mal, aber dann halt nur sehr, sehr hauchdünn. Bei der Marmelade, ja gut, da kommt ein bisschen Butter drunter und ja, das war's dann auch. Äh, aber, aber nicht halt meter dick. Also das, äh, muss ich nicht haben. Da habe ich dann gleich gegessen. Der Arbeiter, den können wir angucken. Hier liegt eine Flasche. Hier haben wir noch ein paar Hütchen. Wir können den, na, können wir nicht. Der Helm hat hier eine Krempe. Das geht nicht. Werbeplakat. Okay. Ja, dann sind die ja landesweit, äh, nee, nicht sogar die ganze Welt aktiv, wenn die ja überall das Zeug hinschicken. Okay. Äh, ja, dann guckt man sich die Kanalarbeiter mal an. Der macht einen extrem wütenden Eindruck. Spaß bei der Arbeit sieht definitiv anders aus. Naja, gut, wenn da eine riesen Verstopfung drin wäre, zum Beispiel, dann wäre ich auch nicht so glücklich. Dann wäre ich auch sauer. Kanal. Da geht's runter. Zu dem verdauten Hühnchen von gestern. Lecker. Ja, also zur Abwasser. Und wir reden mal mit dem lieben Mann. Grüß Gott. Könnt ihr mal stören. Hallo. So spät noch am Arbeiten? Ja, lustig, oder? Nö. Hätten Sie bestimmt ganz witzig, dass ein armer Arbeiter zu so später Stunde noch schuften muss. Und dann auch noch in der Scheiße anderer Leute rumwühlen darf. Richtig lustig, oder? Nö. Nö, nö. Nein, nein, keine Sorge. Gut. Wenn ich den erwische, der mir den Mist hier eingebrockt hat, dem wird anschließend schon schlecht werden, wenn er nur an das Wort Klo denkt. Äh, ja. Könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Mein bildliches Vorstellungsvermögen ist recht ausgeprägt und mein Magen erinnert sich gerade, was er zum Mittag hatte. Okay, also nicht über Fäkalen reden, ne? Ja, gut. Was heißt, Sie wussten nicht, wie Sie Klospülung bedienen müssen? Ja, wahrscheinlich haben Sie schon gewusst und, äh, aber so einen reingesetzt oder sonstiges Klump, was nicht in die Toilette gehört, reingeschmissen, damit das Ding eben verstopft war, ne? Oder, ja, nicht nur die Toilette, sondern hier gleich der Grundschatz hier, ne? Äh, ja, da kann ich ein Liedchen von singen. Ich hatte neulich das Problemchen auch. Bevor ich aber jetzt hier einen Notdienst, so wie der Herr hier steht, anrufe, äh, hab ich's dann doch selber noch behoben, ne? Ja, gut, ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber groß reden soll. Es waren halt riesig viele Ablagerungen im Rohr drin und das hat halt so ein bisschen den Durchfluss auch gestört. Naja, ich hab's dann wieder hingekriegt, aber, ja, es ist immer noch nicht so, wie ich's mir gerne wünsche. Richtung Fallrohr sieht's dann halt auch noch ein bisschen mauer aus. Da kann ich leider als, äh, ähm, ja, Heimwerker nix mehr machen. Da muss dann doch irgendwann mal eine Firma ran und die Ablagung aus dem Rohr entfernen, ne? Ich hab's halt mal wieder geschafft, dass es wenigstens abläuft wieder und, äh, ich da das Klo wieder benutzen kann. Ja, also ich sag immer so, die Männer hier, die das machen, den Job, äh, die sind äußerst wichtig und darüber macht man auch keine Witze, ne? Ja, genauso wie eine Müllabfuhr, äh, wenn die nicht wäre, würden wir alle irgendwann auf unseren, äh, Müllbergen sitzen und es würde noch stinken bei uns, ne? Ja. So, gut, wir können mit ihm reden. Wütend, Auto und Soldaten. Er hat einen freien Tag, ja gut, aber Notdienst ist halt Notdienst. Von der Kollege wahrscheinlich krank geworden, ne? Reden wir mal über wütend. An einem freien Tag arbeiten zu müssen ist natürlich echt bitter. Das würde mir auch stinken. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hatten Sie denn schon irgendwelche Pläne? Kino, Kneipenbesuch oder so? Ja, ich wollte angeln gehen. Ein paar Bier, die Rote in der Hand. Ah, ja. Ja, so einen Freund hatte ich auch mal. Im Ernst? Hä? Nichts, äh, gar nichts. Erzählen Sie weiter. Ja, einen ganz entspannten Tag halt. Aber vielleicht kann ich das ja morgen nachholen. Die müssen nur endlich einmal die richtigen Lottozahlen ziehen. Naja, auf sowas war ich auch schon lange. Ja, dazu müsste ich aber erstmal Lotto spielen. Wenn man hat zwar schon so seine Lose und, ähm, ja, aber bisher war da noch nie der riesengroße Gewinn drin, ne? Aber was soll sich ändern? Wenn man davon jetzt auf nachher mit dem Arbeiten aufhören, ich glaube, da fehlt einem dann doch auch irgendwie was, ne? Wenn man dann sagt, man ist jetzt der Reiche und, und kann sich bedienen lassen von hinten nach vorne. Ich meine, ich glaube, ähm, ich wäre nicht so, so der Typ dafür. Ich meine, ich würde dann schon sagen, jo, ich muss nicht mehr einfach jetzt hier jeden Tag mal lochen. Ich suche mir dann irgendeine kleine Arbeit, wo ich nicht mehr so oft arbeite oder so. Und fertig, ne? Äh, gehört dir das Auto da drüben? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Das Auto da drüben, gehört das Ihnen? Nö, steht da, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Teile drin sind. Hm, ein paar schon noch. Ach so, du spielst Lotto. Diese Lottoziehung, was ist daran so besonders? Die haben da eine Sonderziehung, bei der man so richtig abräumen kann. Wissen Sie, ich spiele seit 20 Jahren Lotto und hab noch nie was gewonnen. Aber heute, heute ist mein großer Tag. Das hab ich schon beim Aufstehen gespürt. Heute hat dieser ganze Mist hier ein Ende. Ich werd mir eine kleine Hütte an irgendeinem schönen Fluss kaufen. Und vielleicht auch gleich noch den Fluss mit dazu. Und dann... Ja, ja, und dann den ganzen Tag die Rute ins Wasser halten, ich weiß. Genau. Oh Gott. Was ist denn das für ein komisches Lotto-System? Naja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ja. Übrigens, Kinder, Glücksspiel kann süchtig machen. Also, Vorsicht. Ne? Man kann wirklich sein ganzes Geld mit so Zeugs da auf den Kopf hauen. Man sollte wirklich sich immer ein Limit setzen und es nicht übertreiben, ne? Nur mal so ein Tipp, ja. Damit ich hier meinen Lehrauftrag auch erfüllen werde, ne? Ja, also, ich sag mal, der hat ein sehr komisches Lotto-System. Zahlen, die in einer bestimmten Reihenfolge kommen müssen. Normalerweise ist es doch furzegal bei Lotto. Da hast du eben die 18, die 37, die 20, die 1 und die 6 oder so. Und dann kommen die einfach und dann ist gut. Also, wenn man da wirklich die gewisse Reihenfolge, dann kannst du ewig, also, dass du wirklich genau die Zahl triffst, so in der richtigen Reihenfolge, das ist dann schon utopisch, würde ich sagen, ne? Also, da gewinnt ja noch, äh, selten einer wie beim Lotto schon allein, so, ne? Ja gut, also, ich muss sagen, ich hab, ich hab mal irgendwo, haben wir mal so einen Lotto-Schein gekauft und, naja, haben da halt mal gespielt. Einmal war der Einsatz halt dann futsch und dann haben wir es nochmal probiert. Ja, dann haben wir einen Dreier oder was gehabt. Dann haben wir halt eigentlich nur unseren Einsatz zurückgehabt und mehr auch nicht, ne? Aber dann hab ich immer gesagt, das ist mir zu blöd. Jedes Mal dann hier wieder einen Schein einlösen. Mittlerweile weiß ich auch schon gar nicht mehr, wie das so genau geht, wie man das macht und so, ja. Früher hast du ja immer in der Zeitung so einen Schein gehabt und hast dann, äh, abgeschickt oder hast irgendwo eingereicht und dann war gut. Mittlerweile geht es ja auch elektronisch und so weiter. Gibt dann auch schon so Tipp-Gemeinschaften, so ganzes Zeugs. Aber ich will einfach nicht, eigentlich nicht immer über solche Glücksspiel-Sachen reden. Das hat ja eigentlich nichts verloren. Ja, wir reden mal weiter hier. Soldaten. Die Soldaten haben ihn also den freien Tag versaut? Kamen die denn ganz plötzlich? Nein, nicht ganz plötzlich. Waren schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was die hier alle wollen. Tja. Die Soldaten überschwemmen das gesamte Viertel und sie haben keine Ahnung, weshalb die hier sind? Na ja, Soldaten laufen ja immer einige rum. Ist ja schließlich ein Militärbahnhof. Aber so viele wie heute waren schon lange nicht mehr. Hab gehört, die wollen nach Novosibirsk. Und was wollen die da? Weiß ich nicht. Die sprechen ja nicht mit uns. Halten sich für was Besseres. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Die führen nur ihre Befehle aus. Sind wohl auch Wissenschaftler dabei, hat ein Kollege erzählt. Und vorhin habe ich große Käfige gesehen. Keine Ahnung, was die damit wieder vorhaben. Käfige? Ja, angeblich sollen ja einige Gefangene in dem Zug sein. Vielleicht deswegen. Okay. Käfige für Gefangene? Halten die meinen Vater wie ein wildes Tier? Ich muss dringend in diesen Zug und ihn da rausholen. Hm. Okay, sehr interessant. Na ja gut, klar, eine Militärbahnhof. Wenn da keine Soldaten sind, dann wundert mich das irgendwie. Aber ja, ist ja logisch. Und wenn die nicht viel sagen, dann wird es wohl geheim sein. Ganz klar. Das Militär verrät der Zivilbevölkerung nicht wirklich immer alles, ne? Oder. Ja, und wie gesagt. Wir haben halt ihre Befehle. Das hat er schon richtig gesagt, ne? Gut, dann machen wir mal hier Gespräch beenden. Ich werde dann mal wieder. Ja, ich auch. Ja. Okay, müssen wir dem vielleicht helfen, hier das Rohr frei zu machen? Komm mal da rein. Da komm ich nicht runter. Der Arbeiter verstopft den Kanal. Der Arbeiter verstopft den Kanal. Warum haben wir denn jetzt eigentlich das Wurstbrot hier weggenommen? Ne, das ist das Butterbrot. Äh, Schlauch. Ah, da gibt es auch einen Schlauch. Ein langer Gummischlauch. Ach wow. Ich hätte gedacht, der wäre aus Plastik. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Das gilt besonders, wenn der Arbeitsplatz einem kräftigen Bauarbeiter gehört. Naja, wir könnten ja mal den bissl ärgenden Knoten in den Schlauch machen oder hier hinten irgendwas Wasser abdrehen. Äh, ja gut, ich hab doch keine Ahnung. Also das sieht wie gesagt so aus wie ein Reißverschluss. Oder ist es eine Zwille? Könnte auch sein. Hey, eine Zwille. Damit haben wir als Kinder manchmal auf Dosen geschossen. Ah, okay. Es ist tatsächlich, äh, so eine Astgabe. Es hat hier wie so ein Zipper ausgesehen, ne? So, jetzt können wir hier mit dem Kieselstein in der Zwille schießen, oder? Eine Mutter, das ist aber dann schon gefährlich. Wobei ein Stein ist auch schon gefährlich. Boah, müssen wir jetzt ernsthaft auf den Arbeiter hier schießen, oder was? Dann, dass wir den irgendwie weglocken können? Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwie, äh, ich hab echt keine Ahnung. So, das zusammen. Geladene Zwille auf den. Nö, geht nicht, okay. Gott sei Dank. Oder die Mutter auf ihn. Oder dem es Brot geben. Ne, das wäre ja dann, fragt er ja, woher hab ich sein Butterbrot? Ja, wir müssen immer noch hier den verrosteten Wagenheber rauskriegen. Äh, Öl haben wir ja keins. Nein, da brauchst du schon Karamba. Oder eben, ähm, WD40. Ist ja jetzt das Gang der Mittel. Mein, mit, äh, ein bisschen Grafitstaub wird es vielleicht auch gehen. Wir haben aber noch ein Handy. Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Ja, ja. Was kann ich damit machen? Mich selber anrufen? Ich hab noch nichts rausgefunden, was mich wirklich weiterbringt. Und selbst dieser Sergei kann mir auf die Schnelle wohl nicht mehr helfen, in den Zug zu kommen. Ich bin also erst mal auf mich allein gestellt. Okay, können wir den vielleicht? Ne, können wir nicht. Ähm, hm. Oder können wir da? Ne. Können wir in den Kanal reinschießen? Auch nicht. Können wir das? Auch nicht. Das Handy da reinfallen lassen? Oder einen Stift reinfallen lassen? Wir müssen den irgendwie wegkriegen. Oder können wir hier den Schlauch irgendwie aufstippen? Oder irgendwie auf den Schlauch schießen? Naja, gut, da müssen wir es mal treffen. Mit dem Schlüssel, den da reinfallen lassen? Ne, auch nicht. Hm. Auto. Wir gucken mal. Okay. Können wir aufs Auto schießen vielleicht? So als Zielübung? Ja, aber man versucht ja irgendwie das zu lösen, das Ganze. Also wir können nicht hier aus dem Bild... Haben wir noch irgendwas übersehen? Ja, haben wir. Die Absperrung haben wir noch nicht angeguckt. Die Absperrung soll wohl verhindern, dass jemand in den offenen Kanal fällt. Nein, ja. Noch mehr Sinn würde sie machen, wenn sie einmal ganz um den Kanal rumführen würde. Ja, würde ich auch sagen, nämlich. Das eine Bargerle, das bringt ja nicht viel. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten. Ja, ist recht. Wir hätten es ja mitnehmen können oder so. Haben wir sonst noch was? Das ist der Schlauch. Ah, hier in diesem Ziegelstein. Entweder der Stein der Weisen in doppelter Ausführung oder doch nur zwei stinknormale Ziegel. Der Stein der Weisen. Hast du zu viel Harry Potter geguckt? Warte mal, das Spiel ist glaube ich aus 2006. Wann kam der erste Harry Potter raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Kennt die ja. Kennt man. Ziegel. Zum Glück sind die nicht ganz so schwer, wie sie aussehen. Naja, das sind halt Backsteine, ne? Ziegelsteine. Können wir die jetzt hier? Ne, können wir nicht. Oder können wir auf den Schlauch stellen? Oder Moment mal. Ah, machen wir es wie die Polen. Wir tun da. Ziegelsteine drunter legen. Damit es jetzt gleich macht, wenn wir da irgendwie das Ding rausnehmen wollen. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Ja, aber der dreht sich doch nicht, oder? Die Kurbel klemmt doch. Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Ja, shit happens. Können wir vielleicht den Arbeiter fragen, ob er vielleicht ein wenig Öl hat oder so? Das probieren wir jetzt mal. Rennen wir ein bisschen. Ah, na gut. Halt nicht. Hi, ich bin's wieder. Hallo, gibt's was Neues aus der Unterwelt? Nee, eigentlich nicht. Ich muss auch weitermachen. Sonst gibt's Ärger mit dem Chef. Ja, sonst kostet es zu viel Überstunden. Okay, also wir können ihn nicht nach Öl fragen oder so. Aber im Auto... Ja, da könnt's doch auch Öl geben, oder? Auto, Schutt. Ja, Schutt ist... Schutt ist Schutt. Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst... Ja, wir können nichts hier im Auto noch machen. Und den Schutt können wir auch nicht weiter hier irgendwie. Ja, aber da wird ja kein Öl drin rumgegammelt. Ich habe schon alle Schätze geholt. Ja. Dreck, Unrat. Okay. Die Rostlaube ist... Ja. So, wir haben nichts mehr hier im Bild. Wir könnten hier... Aber da können wir nicht runtersteigen, weil der im Weg ist. Ja. Da geht's runter. Ja. Da komm ich nicht runter. Ja. Dann müssen wir doch wieder hier längs. So, was haben wir eigentlich hier noch? Ah! Lampe, Zigarettenstummel. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ich kenne Leute, da ist eine Schachtel am Tag nix. Was ist denn ein Wachturm? Von da oben lässt sich das gesamte Gelände überblicken. Ich sollte also aufpassen und mich so unauffällig wie möglich verhalten. Naja, schieß den Suchschein einfach kaputt. Wahrscheinlich müssen wir die Lampe zerstören. Von hier aus würde ich tippen 60 Watt. Ja, vielleicht ist es auch gerne eine 80 Watt Birne. So, können wir denn das Lampe ausschießen? Guck mal, geh mal hinter das Fass, damit es keiner sieht. Ja, also jetzt da mit dem Ding treffen, das ist auch eine Kunst. Verdammt, das ist schon die dritte Birne in diesem Monat. Welcher Idiot bestellt denn immer diesen Billigschrott? Dabei war die Geschichte gerade so spannend. Oh, geh doch da unter das Stoppschild. Das ist doch auch eine Lampe, die das Stoppschild anleuchtet. Der zieht uns nicht mehr, ne? Ganz einfach, jetzt können wir die Zeitung nehmen. Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. 4, 5, 6, 5, 4, 8. Eine einzige Zahl falsch. Da wird sich der arme Bauarbeiter aber ganz schön in den Hintern beißen. Tja. Die Zeitung hier. Ja? Kann ich die haben? Mir ist sowieso gerade die Birne um die Ohren geflogen. War wohl schon ein bisschen sehr alt. Und bis die jemand austauscht, vergehen mit Sicherheit ein paar Wochen. Ach so. Man muss nämlich erst einmal ein Formular ausfüllen, das dann vom diensthabenden Offizier unterzeichnet und ins Ministerium gefaxt wird. Ach du Heiliger. Das geht dann durch drei Ausschüsse. Und mit etwas Glück kann ich hier kurz vor meiner Rente nochmal was sehen. Ja, die Wunder der Bürokratie sind international. Was ist jetzt mit der Zeitung? Von mir aus. Okay. So, thank you. Ja, also ja, füllen Sie Formular B87 ein und reichen Sie es in dreifacher Ausführung ein. Und ja, und so weiter und so fort. Pipapo. Warum haben wir jetzt eigentlich die Mutter noch hier? Fragezeichen. Hier stehen die Zahlen der Sonder... Okay. Das nützt also nichts. Der Typ, der den Posten von Zerk... Okay. Huhu, ich bin's wieder. Hi. Äh, Zigarette? Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund. Aber ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Okay, das Seiden. Ich hab schon alles versucht. Deswegen bin ich ja auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, gerne. Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot. Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen können. Äh, ja. Was denn? Keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich's auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. Ja, auf jeden Fall ist hier ein Stromzaun, oder? Ja, gut. Also nicht rauchen, naja, das ist weiß und so. Vielen Dank für die Information. Gern geschehen. Bis bald. Bis bald. So, jetzt haben wir eine Zigarette. Die Zigarette danach. Nach was? Naja, ich bin ja kein Raucher, ne? Man probiert hat man's schon nochmal, aber, ja. Ich kann da, äh, ich kann da nichts dran gewinnen an dem Ganzen. Ich kann mal, ich kann rauchen oder auch nicht. Es bringt mir nichts, ja, ist es schlecht für die Gesundheit und, ja, also lasst es lieber. Kann ich einfach nur empfehlen. Kommt da wirklich besser und außerdem spart es auch sehr viel Geld, ne? Hier meine ich jedes Mal, da sitzt eine kleine Katze am Rad da hinten, ne? Hm. Gut, können wir dem vielleicht eine Zigarette andrehen? Ne. Okay. Können wir dem in die Zeitung geben? Ja. Ja, machen wir den mal unglücklich. Das will ich dem armen Kerl nicht antun. Wenn er nach einem solchen Tag auch noch so knapp an einem Millionengewinn vorbeischrammt, dann läuft er doch amok. Äh, okay, ich hab so eine Idee. Wir wissen wahrscheinlich die Zahl fälschen, damit es aussieht, als wäre das die richtige Kombination. Es geht, aber es fällt doch auf, wenn mit Bleistift das reingeschrieben ist, Mädel, ey. Eine kleine Manipulation der Lottozahlen und schon wäre das große Glück perfekt. Zwar nur kurzfristig, aber ist eine kurze Freude nicht immer noch besser als gar keine Freude? Aber damit kriegt man den weg. Genau. So, hat das jetzt geklappt? Ist das jetzt gefälscht? So, zeigen wir es ihm mal. Hier, die Spätausgabe. Da können Sie schauen, ob Sie vielleicht ab morgen angeln gehen können. Ja, ha, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich muss sofort nach Hause und meiner Frau Bescheid sagen. Ach, was, wozu eigentlich? Ich gehe sofort zu meinem Lieblingsplatz und angle die ganze Nacht durch. Und morgen früh wird gekündigt. Naja, du wirst wahrscheinlich schon gekündigt. Wenn Sie ihn gleich gerne heiraten wollen. Sie finden mich unten am Fluss. Kein Bedarf. Nee, danke. Ich kann nur hoffen, dass er sich mit seiner Kündigung noch etwas Zeit lässt. Ja, ich auch. Dass er vorher erst mal zur Lottozentrale geht. Und dann merkt, dass die Ziffer doch falsch sind. Und naja, es fällt auf uns zurück. Wir haben ihm ja die Zeitung gegeben. Oder er geht zur Zeitung und sagt, ihr habt einen Druckfehler da drin. Gut. Jetzt würden wir in den Kanal runterkommen. Ja, ich freue mich auch immer, wenn hier immer wieder Leute zu mir auf den Kanal kommen. In den Kanal. Ja, aber wir machen jetzt für heute auch Feierabend. Wollte ich jetzt hier mal sagen. Was für eine blöde Überleitung. Aber naja, gut Leute. Es ist wieder soweit. Der halbe Stunde ist um. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.